so liebe freunde da bin ich wieder korrigan tv mit dem korrigan tschuldigung korrigan tv what get up laden ein punkte mehr gegenstände nö ach komm irgendwas egal was mundus wird ihr plattgemachter affe spielen wir die nächste mission ich habe jetzt gemerkt es gibt tatsächlich nicht alle trophäen wie vorher die wir hatten bei der playstation 3 gab es wenig andere trophäen als jetzt habe ich gemerkt die bei playstation 4 ein bisschen runtergeschraubt ist einfach immer so einfacher gemacht aber wieder nicht zu einfach ich weiß was kommt ich finde es heute noch so geil gut ja Das ist schon leicht. Ich bekomme ich habe ein paar rote Kugeln. So viel Schlüssel habe ich nicht mehr. Ähm... Nein, gut. Okay. 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 Oh wenn die scheiße war.. Aber das war schonmal den Generator eins! Vielen Dank. Aber so hoch? Das war ja echt doof, ey. Na, jetzt geht's wieder. Ich hab irgendwas in der Nase gehabt. Hi, Pori, du puppelst hier in der Nase. Isst du es auch noch? Ja, bestimmt, Mann. Kostlose Nahrungsquelle. Meinst du mal, wir nehmen uns wieder volles Leben? Das ist schon mal gut. Nee, ich hab echt was in der Nase. Es tut ein bisschen weh. Ja, ich hab echt was in der Nase. Ja, ich hab echt was in der Nase. Vielen Dank. Noch nicht. Erst wenn ich alle habe. Irgendwo könnte man noch nach oben gehen. Ich habe keine Ahnung, wo das war. Na, irgendwo war es. Irgendwo war es doch. Irgendwo war es doch. Ja, ein bisschen. Hmm. Hier war es doch. Ich habe es doch gewusst, irgendwie kommt man da hin. Ich habe es doch gewusst. Irgendwie wusste ich, dass man da hin kommt. Mann, ich bin doch ein Käpsel. 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 Ist klar. Irgendwo habe ich eine Seele gehört. Bin mir aber nicht sicher, ob ich taub war. Ich frage mich eigentlich, warum versuchen die sich die ganze Zeit diese Scheißidiot mich eigentlich umzubringen? Warum machen die das? Ich frage mich. 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 Ich hätte spüren können, dass hier irgendwo eine Seele war. Aha! Ich muss mir sagen, ich sei vergesslich, Alter. Alter, dass ich sowas noch im Kopf habe. Oh Mann, Leute! Ausgewichen. Oh Mann! Vielen Dank. 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 Vielen Dank.